so nachdem meine kleinen fuchs episode ja so ein wirbel mit daumen nach unten hervorgerufen haben können wir natürlich damit nicht auf da steht eine kamera ganz klein unten guckt hier nach ganz ganz oben die andere steht dahinter das ist die schmal winklige und das ist die weitwinklige sehen wir mal was passiert ich will das ganz kurz machen ja ich fühle mich derzeit politisch nicht vertreten ich hoffe dass die demonstration die demo in berlin am 29 ein großer erfolg wird ich wäre da wenn es näher wäre aber ich lege euch einen text ans herz den ich heute gelesen habe der ist von martin renner der war gründungsmitglied der afd glaube ich ja der afd und den verlinke ich unten in der beschreibung lest euch den durch bitte lest euch den durch das ist mehr kann ich dazu nicht sagen das würde ich alles unterschreiben das noch ganz kurz halten stellen wir hinten noch die blumen auf die sind nämlich vom wind umgefallen die blumen auf die blumen auf die blumen auf die blumen hoch und drehen euch ein bisschen So, dann müssen wir noch mal ein bisschen festbinden und dann ist gut. Also lest euch das durch, bitte. Bitte.